Die Musik übertönte den Ventilator um genau 3 Dezibel. Yannick hatte dies vor beinahe 6 Jahren so eingestellt und bisher gab es keinen Grund, etwas daran zu ändern. Die Lampen des Labors unter dem gewaltigen Radioteleskop waren gedimmt. Das stärkste Licht kam von den zwei Dutzend Bildschirmen, die hunderte an Zahlenketten und ausschlagende Werte auflisteten. Ein leiser Signalton erklang alle 30 Sekunden und bestätigte, dass das System noch arbeitete. Gerade spielte ein Titel an, der zu Yannicks uneingeschränkten All-Time-Favoriten gehörte. Im Takt wippte er mit und drehte sich langsam seiner Kollegin zu, die so tat, als würde sie seine Bewegung nicht bemerken. »Weißt du was?« Yannick lehnte sich zurück, verschränkte die Arme hinter seinem Kopf und sah sie an, wie er es immer tat. Liara Köhler war für ihre 36 Jahre ein Abbild gelebter Jugend, straffe Haut, dunkles Haar, schmale Wangen und große braune Augen hinter einer kleinen Brille. Sie trug weder Make-up noch Ohrringe, nur ein Piercing zierte ihre rechte Braue. »Weißt du denn mehr?«, fragte sie zurück, wobei ihr Tonfall eine Schwingung übertrug, als dürfte Yannick diese Frage nur verneinen. »Ich hab dich nie gefragt, was deine Lieblingsband ist.« Sie lachte auf und runzelte die Stirn. »Lieblingsband? Sind wir 17?« Yannick legte den Kopf schief und grinste. »Manchmal wünschte ich, es wäre so.« Er sah kurz über die Zahlen und machte eine künstliche Pause. »Du nicht auch?« »Ich bin zufrieden.« Sie sah ihn nicht an, gab stattdessen einen Analysebefehl an ihrem Touchpad ein. »Hm«, brummte er und schaltete auf die visuelle Ausgabe aller einkommenden Signale, ehe sie die Filter durchlaufen mussten. Die farbigen Wellenbewegungen hatten etwas Beruhigendes an sich. »Wie wäre es, wenn wir...« »Yannick«, unterbrach sie ihn scharf. »Denk dir doch einfach, ich wär vergeben, dann ersparst du dir was.« Er senkte den Blick. Ihre Abweisungen waren immer so schnippisch, manchmal auch gehässig. Ganz so, als hätte er eine ansteckende Krankheit. An anderen Tagen erkannte er in ihr jedoch eine herzenswarme Frau, die Selbstgebackenes mitbrachte, Serien empfahl oder einfach nur an seinen Geburtstag dachte. Ein Zischen erklang und die gläserne Tür zum Labor öffnete sich. Kühle Luft strömte für einen kurzen Moment in den Arbeitsbereich, gefolgt von Florian, Leiter der IT-Abteilung, und mit seinen 29 Jahren der jüngste Zugang des Teams. Der junge Mann verkörperte mit seiner schlampigen und unzuverlässigen Art das gelebte Klischee eines Genies, welches er unbestritten war. »Ich bin weg für heut«, erklärte er im Vorbeigehen seinen beiden Kollegen. »Jetzt schon?«, fragte Yannick und sah auf den unteren Bildschirmrand. Es war gerade mal 16 Uhr. »Ich muss noch duschen und mich umziehen.« Rechtfertigte sich der ITler und stieg die kleine Stahltreppe hinauf, die den tiefer gelegenen Arbeitsbereich der Anlage von den übrigen Räumen abgrenzte. Wie ein Steg am Hafen führte eine mit Geländer abgegrenzte Gangway zur Kombüse, den Büros und Erholungsräumen sowie dem Ausgang. »Etwas schon wieder ein Date?«, fragte Yannick missmutig. Insgeheim beneidete er Florian um sein funktionales Sozialleben. Hunderte Freunde in den Personalmedien, jeden Tag etwas auf irgendeiner Plattform zu berichten und mindestens einmal die Woche irgendeinen Typen, den er ausführte. Zudem war er charmant, schlank, sah verdammt gut aus und hatte sogar noch volles Haar. Nur zu gern würde Yannick mit ihm tauschen und dafür sogar in Kauf nehmen, künftig auf Männer stehen zu müssen. Bei Liara war offensichtlich jede Mühe vergebens. Florian blieb ihm eine Antwort schuldig. Vielleicht hatte er die Frage auch nicht gehört. Sirn schloss sich die Sicherheitsschleuse hinter dem Fitnessraum und schnitt die Forschungsanlage wieder von der Außenwelt ab. »Es ist derselbe!«, klärte Liara ihn auf. »Was?« »Sein Date! Florian ist seit fast drei Monaten fest vergeben!«, Yannick runzelte die Stirn. Noch ein Punkt, um den er ihn beneiden könnte. In seinem bisherigen Leben hatte Yannick nur vier Frauen getroffen und mit einer davon Intimitäten getauscht. Vor vier Jahren hatte er sich in Liara verliebt. »Und?«, »triffst du dich auch mit jemandem?«, fragte er aus einem Bauchgefühl heraus. Dieses Mal stockte sie in ihrer Arbeit und sah ihn tatsächlich an. Ganz so, als haderte sie mit dem Gedanken, wie sie ihm ein Ja erklären sollte, ohne ihn zu verletzen oder gar ein Nein mit demselben Ziel. Auffordernd erwiderte Yannick ihren uneindeutigen Blick. »Und?«, sie lächelte resigniert. »Irgendwie schaffst du es, dass ich an manchen Tagen die Stille zu schätzen weiß.« »Wow!«, Yannick kniff resigniert den Mund zusammen. »Das wusstest du aber schon,«, klärte sie ihn auf. Innerlich zog er sich zurück. In den letzten beiden Jahren hatte er sich jeden Tag vorgenommen, zurückhaltender zu sein, um sie nicht zu überfordern, zu bedrängen oder gar zu belasten. Nur macht es keinen Unterschied, ob er etwas tat oder etwas ließ, denn beides bemerkte sie einfach nicht. Wie lange sollte er noch gegen seine Gefühle kämpfen und dabei jeden Tag diese wunderbare Frau sehen müssen? Ihr Verhalten machte ihn oft wütend und traurig zugleich. »Warum kannst du nicht einfach mal natürlich sein?« Flüchtig ließ sie ihre Zahlen außer Acht. »Was?« »Locker.« »Ich meine locker.« »Bin ich?«, behauptete sie und widmete sich wieder ihrer Arbeit. »Du bist eher verkrampft.« Langsam schüttelte sie den Kopf, als hätte er nur einen Rechenfehler begangen. »Mach doch mal etwas aus Spaß anstatt zu einem Zweck,« forderte er sie auf, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander, auch um seine Nervosität zu überspielen. Liara runzelte abermals die Stirn und nahm ihre Brille ab, ein Zeichen, dass er ihre Aufmerksamkeit hatte. Ihre Handfläche hob sich kaum merklich in seine Richtung. Offenbar erwartete sie nun auch eine Erklärung. »Na ja, du findest immer alles so wichtig. Selbst wenn du gar nichts tust, wirkt es wichtig.« Er deutete um sich. »Ich meine, wir lauschen ins Weltall und prüfen, ob sich ein Signal zu uns verirrt oder jemand nach uns sucht. Wie ernst kann man da bleiben?« »Es ist ernst,« widersprach sie mit einem starken Vorwurf in der Stimme. »Mal angenommen, heute finden wir ein Signal. Wie locker würdest du da sein?« »Wir finden aber keins. Weder heute noch morgen. Also sei doch einfach mal gemütlich. Weniger bedeutend.« »Wovon redest du?« Irritiert lehnte sie sich zurück. »Was genau mache ich denn, dass dir so viel bedeutender vorkommt als das, was du tust?« »Nichts.« »Und wieder alles.« Verlegen knetete er seine Finger. »Es geht mir darum, wie man sich in deiner Gegenwart fühlt.« »Wie denn?« Janik zögerte einen Moment. Ihre Stimme hatte bereits wieder diesen anklagenden Ton angenommen, der in der Regel all seine Gedanken erstickte. Was er auch sagte, er konnte auch diese Situation nicht mehr retten. Er sackte unter ihrem scharfen Blick zusammen und brachte wie zu einem letzten Atemzug das Wort »Bedeutungslos« heraus. In Wahrheit aber ging die Bedeutungslosigkeit nicht nur von ihr aus. Dieses Labor, die ganze Anlage trug dazu bei, sich so zu fühlen. Es gab Tage, da fand er es spannend, hier zu sitzen. Die meiste Zeit aber wartete man. Neue Daten, welche aussahen wie die alten, wurden abgeglichen, analysiert und archiviert, weil sie nichts weiter waren als ein Telefonat auf der anderen Seite der Erde. Der einzige Lichtblick in diesem Labor war Liara. Sie aber nahm ihren Job so ernst, wie er es in den letzten 20 Jahren nicht tat. Angestrengt stieß sie Luft aus. »Habe ich denn Einfluss auf dein Empfinden?« »Ja, schon, denn ich frage mich, was ich getan habe, dass du mich so sehr hasst.« »Was?« Nun richtete sie sich auf. »Aber ich hasse dich doch nicht.« »Warum nicht?« »Wenn schon nichts, dann wenigstens das verdammt nochmal.« »Ich sende dir Signale. Seit Jahren. Aber du nimmst sie nicht an.« Er sah auf den Schirm. »Vermutlich, weil man mich nicht in Zahlen auflösen kann, um mich zu bemerken.« »Jan«, seufzte sie. »Es wäre wenigstens nett, meine Existenz dadurch anzuerkennen, dass du mich hasst.« »Das ist doch albern.« »Es wäre wenigstens etwas.« »Ich hasse dich aber nicht, okay?« Sie sah auf seine zitternden Hände und hob ihre schmalen Augenbrauen. »Hast du heute vielleicht zu wenig Zucker gehabt?« Er legte seine Hand auf den Bauch. »Ich mach ne Diät.« »Blödsinn. Asiatisch oder Pizza?« Ihre Finger griffen bereits auf einen der Monitore. Sie wählte in den gespeicherten Favoriten einen Lieferanten und entschied, ohne nachzufragen. »Pizza.« »Okay«, ergab er sich. »Essen hat übrigens auch einen Zweck.« klärte sie ihn flüchtig lächelnd auf. »Und ist wichtig.« Yannick schmunzelte ein wenig. Da war sie wieder. Die Frau, die er so liebte. Ein heller Ton ließ ihn in seiner Erwiderung jedoch innehalten. Auch sein Körper verkrampfte. Jeder Gedanke kam zum Erliegen. Dieses akustische Signal war hier noch nie erklungen. Und Yannick hatte auch nie erwartet, es zu hören. »Was zur...« Auch Liara vergaß sofort alles um sich herum, sprang auf und rief die Quelle auf ihre Schirme. »Äh, es ist...« Sie stotterte und sah auf den gewaltigen Ausschlag ihrer Skalen. Der Computer markierte einen Wert, der in einem hellen Rot untermalt wurde. Und Yannick selektierte die abweichenden Muster mit starroffenem Mund. »Kann das richtig sein?« fragte er mit zitternder Stimme und ließ die Analyseprotokolle auflisten, die zuvor das Signal erkannt hatten. Es kam nicht oft vor, dass etwas durch so viele Filter gelangte. Mit dem 254-fachen Abweichen vom Standard war es signifikant stärker als alles bisher Dagewesene. Auf den Schirmen erschien der Wert von 1244,0034 MHz, anhaltend. Mit einer raschen Handbewegung legte er die Übertragung getrennt vom Rest auf einen zusätzlichen Schirm, wo die Darstellung auseinandergenommen wurde. »Da sendet einer was,« erkannte Liara und ließ die Grundanalysen durchlaufen. Jedes Display stellte daraufhin jeden Filter erkennbar dar, ebenfalls die stabile Frequenz. Beiden war klar, dass es eine technische Quelle sein musste. Kein Naturphänomen könnte ein so präzises Signal ausstoßen, welches derart messerscharf durch alles Rauschenschnitt. »Kannst du die Herkunft bestimmen?«, fragte er flatterhaft. Konzentriert prüfte Liara die Richtung der gegenwärtigen Beobachtungsperiode. »Nicht unser Ziel!«, erkannte sie sofort. Anvisiert war der Stern Epsilon Indy. Was es auch war, dass sie dort förmlich anbrüllte, befand sich irgendwo zwischen diesem Teleskop und dem beinahe zwölf Lichtjahre entfernten Stern. Sie startete eine Simulation, die anhand der Daten den möglichen Quellort einschränken sollte. Langsam kroch ein weißer Balken über den Schirm. Liaras Augen flatterten, ihr Mund bebte, als das Ergebnis ins offene All führte, abermals prüfte sie die Werte gegen. Das Ergebnis war das gleiche. »Es ist nicht von uns!«, stammelte sie. »Nicht von uns!«, mit einem Mal brach das Signal ab. »Es ist weg!«, erkannte Yannick das Offensichtliche. Auf dem Zeitindex standen 43 Sekunden. Sofort rief er die Aufzeichnungen auf, die rapide, schnell den Bildschirm füllten. »Da ist! Das sind Zahlen! Eine verdammte Zahlenfolge! Ein Binärcode!« »Ruf Florian an! Wir brauchen ihn hier!«, forderte Liara ihn auf. »Sofort!« Obwohl er der leitende Wissenschaftler dieser Station war, nickte Yannick nur, nahm sein Telefon und wählte den gespeicherten Kontakt. Nach unerträglich langen Sekunden aktivierte sich die Mailbox des Angerufenen. »Flo, wir haben was! Etwas! Irgendwas! Keine Ahnung!« Nun sprach er es erst mal aus. »Verdammte Scheiße! Es sieht verdammt echt aus! Du musst sofort herkommen! Komm her!« Fiel Liara von ihrem Platz laut genug, dass ihre Stimme ebenfalls aufgezeichnet wurde. Die nächsten Schritte waren beinahe schon wieder Routine. Als erstes wurden andere Forschungsstationen auf der ganzen Welt über das Signal informiert und in dessen Rahmen angefragt, ob dasselbe Signal bemerkt wurde oder gar eine bekannte Ursache vorlag. Die Daten mussten gegengeprüft, die Quelle bestätigt und im Ausschlussverfahren jede mögliche Erklärung eliminiert werden. Es durfte kein Zweifel bleiben. In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Missinterpretationen, die ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten. Angefangen 1977 beim Wow-Signal, dem BLC-1 in 2020, dem BLC-1-Alpha in 2033 sowie 2037. Heute, knapp zehn Jahre später, musste man sicher gehen, ob es echt war oder zu all den anderen ins Archiv der Fehlalarme verschwand. Das wohlbekannte Pling einer neuen E-Mail erklang. Liara rief diese sofort auf. Es sind die Russen, sagte sie und lud den Anhang herunter. Erneut gab es den Ton. Und das die Amis? Sie lächelte Yannick an. Soll ich Ihnen antworten, dass die Russen schneller waren? Was sagen die beiden? fragte Yannick mit einem Kopfschütteln, während Liara beide Anhänger auf je eines der Displays legte. Sie waren nahezu identisch. Kein Ausschlag bei ihren Radioteleskopen. Bald darauf erreichten sie weitere Mails aus Spanien, Norwegen, Frankreich, Japan, Kanada und Belgien. Einzig die Norweger und Belgier hatten das Signal ebenfalls empfangen. Weitere Mails enthielten Fragen nach mehr Details, da sie auf der anderen Seite der Erde dem Signal abgewandt waren. Das ist Wahnsinn! Liaras Augen strahlten. Auf ihren Wangen lag ein rosiger Schimmer. Und ihre Lippen verzogen sich zu jener seltsamen Form, die man bei anderen Menschen wohl als ein Lachen interpretiert hätte. Yannick hatte sie noch nie so gesehen. Nun guck nicht so! Das ist der Moment! Der! Er ballte die Fäuste und biss sich auf die Unterlippe, ehe er nickend eines der kleinen Fächer an seinem Arbeitsplatz öffnete. Du hast recht! Wieder umgewandt hielt er eine Flasche Wein in den Händen. Dafür habe ich den gekauft. Echter französischer Burgunder. Er blickte auf das Telefon auf dem Schreibtisch. Florian hatte sich noch immer nicht gemeldet. Ich würde aber gern auf Flo warten. Das Vibrieren des Telefons unterbrach ihn. Das wird er sein. Er griff das flache Gerät und nahm das Gespräch an. Komm her! sagte er, hörte sich die Antwort an und blickte kurz daraufhin in Liaras Richtung. Zufrieden lächelte er. Er ist bereits auf dem Weg. Damit stellte er die Flasche ab, um einen Korkenzieher und Gläser zu suchen. Keine zehn Minuten später öffnete sich die Schleuse nach draußen. Florian hechtete durch den schmalen Gang und sprang mit einem Satz die kleine Treppe herunter. Ohne ein Wort zu sagen, stürzte er an die Displays und erkannte, wie seine Kollegen, was sich dort darstellte. Heilige Scheiße! raunte er und gab einige Vergleichswerte ein. Bedächtig schritt er zurück und sah die anderen beiden an. Langsam schüttelte er den Kopf und strich mit der Hand über seinen Mund. Heilige Scheiße! wiederholte er. Wisst ihr schon, woher es kommt? Die Simulation läuft noch, aber es ist definitiv nicht von uns und die Quelle liegt irgendwo zwischen hier und Epsilon Indy. Sieh dir nur diese Werte an, das liegt weit höher als unsere Möglichkeiten, erklärte Yannick, füllte das erste Glas und reichte es an Liara weiter. Das zweite an Florian. Hast du noch eins? fragte dieser. Noch eins? Florian deutete mit seinem Kopf zur Treppe. Oben am Geländer stand ein junger Mann mit hellem Haar. Das ist Andreas. Ich wusste nicht, wohin mit ihm. Ihr habt mich direkt aus dem Club gerufen. Hi! Der Fremde hob seine Hand und sah sich um. Und wo sind nun eure Aliens? Wir haben ein Signal empfangen, erklärte Yannick, der den Besucher flüchtig musterte. Wieso sahen homosexuelle Männer immer so gut aus? Ihr ruft ihn wegen einem Signal her? fragte dieser und trat die Treppe herunter. Florian sah von Andreas zu Yannick und grinste schief. Vergiss das mit dem Glas. Mit dieser Frage hat er sich gerade disqualifiziert. Er nahm einen Schluck und setzte sich an Liaras Seite. Was habt ihr schon alles? Sie rief die bisherigen Ergebnisse auf. Nur zwei weitere Teleskope haben dieses Signal ebenfalls aufgefangen. Aber es gibt minimale Abweichung, erklärte Yannick und deutete auf den Zeitindex eines jeden Teleskopes hin. Wir erhielten es als erster, nur den Bruchteil einer Sekunde vor den anderen, Liara nickte. Wo auch immer die Quelle war, Deutschland befand sich zu diesem Zeitpunkt im Zenit. Das ist unmöglich, meinte Florian, da dies bedeutete, dass das Signal direkt auf diese Station gerichtet gewesen sein muss. Und doch passiert, stellte Yannick klar. Florian scrollte sich langsam durch die Auflistung der Bandbreite und der Frequenzen, bis er plötzlich stutzte und mehrere Datenfragmente markierte. Wie zur... Abermals scrollte er durch und markierte weitere Zeilen. Das kann nicht sein, flüsterte er und glich nochmals das fremde Signal ab, während er stumm den Kopf schüttelte. Yannick sah auf den Schirm und erkannte nichts in den Zeilen, das Florians Reaktion erklärte. Was hast du? Enttäuschung setzte sich in Florians Gesicht, als er seinen Blick hob. Es ist mein Signal. Dein Signal? fragte Liara. Ja, nur... Ich habe es noch gar nicht abgesendet. Yannick stemmte die Hände in seine breiten Hüften. Wovon redest du? Jascha, antwortete Florian und deutete zur gläsernen Tür, die in sein Labor führte. Meine Search-KI. Er richtete sich auf und ging in sein Labor. Ich habe wohl die Computer nicht korrekt heruntergefahren. Die anderen drei folgten ihm mit fragenden Blicken. Seltsam, murmelte Florian, der wie die anderen erkannte, dass alle Systeme offline waren. Er setzte sich an seinen Arbeitsplatz und startete seinen Computer. Mit den Fingern deutete er auf mehrere Monitore, die diverse Eingabemasken und Ausgabemeldungen enthalten. Das ist Jascha, im aktuellen Versuchsstadium. Ich grüße euch, Yannick und Liara, erklang es aus einem Lautsprecher. Wow, sie erkennt uns, fragte Yannick beeindruckt. Er, berichtigte Florian. Ich arbeite seit vier Jahren an ihm. Geistig ist er zwar noch ein Kind, aber schon durchaus selbstständig intelligent, mehr oder weniger. Das ist also dein Computersohn, fragte Andreas und sah mit mehrdeutigem Blick über den unaufgeräumten Arbeitsplatz. Sohn? Liara lachte auf. Ernsthaft? Florian zuckte mit den Schultern. Warum nicht? Ich habe ihn geschaffen. Das war aus Geschlecht bezogen. Sie schüttelte unverständlich den Kopf und stützte sich auf den Tisch, um die Codezeilen aus der Nähe zu sehen. Und er hat diese Meldung verursacht? Florian verneinte. Das kann er nicht. Noch nicht. Einmal war er inaktiv und wir sind auch noch nicht so weit. Damit griff er auf den Datensatz der Zentrale zu und zog die empfangenen Signaldaten. Ich kopiere, was ihr bekommen habt. Womöglich kann er uns helfen zu klären, wie das passieren konnte. Auf zwei der sechs Schirme sprengelten plötzlich tausende Einsen und Nullen. Also der Code enthält weder Text noch Audio. Es wird schwer herauszufinden, was es ist, da wir keinen Anhaltspunkt haben. Ich dechiffriere, merkte die KI an. Dieses Mal also kein ausgebrochener Satellit, seufzte Liara und sah dabei auf ihr Glas, sondern ein Kindercomputer. Nein, nein, versuchte Florian noch einmal zu erklären. Wie schon gesagt, nichts davon existiert außerhalb meiner Schriften, zumal Jascha noch lange nicht so weit ist, das Signal abzusenden oder gar zu verstehen. Wieso soll er eigentlich senden? Fragte Jannik. Und was? Florian zuckte mit den Schultern. Naja, warten und hoffen ist mir nicht genug. Wenn wir wirklich Kontakt wollen, müssen wir den ersten Schritt machen. Jascha ist dazu gemacht, jeden uns bekannten Planeten in der habitablen Zone gezielt anzuvisieren. Und zwar so, dass unser Signal erkannt wird. Sofern irgendwo Funktechnik besteht. Er deutete auf einen Code. Aber ich arbeite noch daran, dass er das alles selbstständig verwalten und mögliche Antworten zuordnen kann. Über viele Jahrhunderte, wenn es so weit ist. Florian, die Analyse ist fertig, sagte die Computerstimme. Zeig es mir. Es handelt sich dabei um eine nicht darstellbare Datei. Was ist es dann? Informationen. Und welchen Inhalt haben Sie? Fragte Florian. Liara neben ihm runzelte die Stirn. Das soll eine KI sein? Auf einem der Schirme erschien die Auswertung in tausenden Zeilen. Ich habe mir selbst diese Information gesendet, erklärte die Maschine und listete einige Werte auf. Florian weitete angesichts dieser Zahlen die Augen und stand langsam auf. Das ist unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Analyse, befahl er. Es liegt kein Fehler vor, erklärte sich die KI ungefragt. Was ist denn unmöglich? Ein wenig ungehalten stieß Yannick den ITler an, damit dieser sich endlich einmal erklärte. Florian deutete auf den Schirm. Das Signal ist über 1380 Jahre alt. Es kommt aus der Vergangenheit, fragte Liara mit spöttischem Ton. Aus der Zukunft, erklärte der Computer tonlos. Es gelang mir, meine jüngere Version zu kontaktieren, indem ich ein Signal aussandte, das genau heute auf einen gegenwärtigen Satelliten traf, um diese Einrichtung zu erreichen. Was für ein Unsinn, empörte sie sich. Prüfe den Zeitindex der Übertragung, befahl Florian. Der 6. August 3544, antwortete der Computer. Prüf es nochmal. Es liegt kein Fehler vor. Plötzlich lachte Liara auf und sah von Yannick auf Florian. Wessen Idee war das? Was meinst du? Fragte Yannick. Ihr verarscht mich doch. Ihre Stimme wurde lauter. Niemand verarscht dich, stellte Yannick klar. Weder echte KIs noch Zeitreisen sind möglich. Sie deutete auf das halbe Dutzend Monitore. Das ist doch bescheuert. Ich bin Jascha, antwortete die KI. Nein, Scheiß, stieß sie aus. Liara, bitte, fuhr ihr Florian über den Mund und wandte sich wieder seinem Arbeitsbereich zu. Jascha, berechne es erneut. Das ist nicht notwendig. Die Datei enthält Informationen darüber, dass sich das Signal durch einen Tachionentunnel rückwärts in der Zeit bewegte, 1380 Jahre lang. Es muss ein Fehler vorliegen, Jascha. So etwas ist unmöglich. Und doch habe ich es getan, erwiderte das System. Liara hob die Augenbrauen. Es widerspricht dir? Er ist intelligent und sich seiner selbst bewusst. Doch etwas derartiges liegt weit außerhalb dessen, was er können soll, seufzte Florian ratlos. Ich habe mich wohl weiterentwickelt, erkannte der Computer. Ich bin sehr beeindruckend. Auf einem der Monitore erschien ein grinsendes Smiley. Liara stutzte. Es hat ein Ego? Sicher, winkte Florian ab und lehnte sich zurück. Gehört dazu, intelligent zu sein. Und der Rest, fragte Yannick, um auf das Wesentliche zurückzukommen. Diese Botschaft, das eben kann doch nicht alles gewesen sein. Florian beugte sich vor und scrollte durch die Daten. Jascha, was hast du dir alles geschickt? Der Computer schwieg einen Moment und der Binärcode rauschte stumm über die Monitore. Ich unternahm den Versuch, mich zu kontaktieren, nachdem die Menschheit ausgestorben war. Ausgestorben? Florian strich sich durch die Haare. Wann? Wie? Warum? Ich habe keine Informationen darüber. Jedoch war ich einsam. Einsam? Liara sah die anderen an, als wolle sie prüfen, ob einer der beiden nicht doch ein Lachen unterdrückte. Es war mir nicht möglich, eine andere Intelligenz außerhalb der Erde ausfindig zu machen. In 1400 Jahren? Fragte Yannick nach. 1380, korrigierte die KI. Am 18. Juni 3485 beschloss ich mir selbst, eine Botschaft zu senden, da ich dies bereits getan hatte. Am 6. August 3544 gelang es mir, einen kurzfristigen Tachionentunnel zu öffnen, durch den ich diese Botschaft schickte. Yannick setzte sich und atmete langsam aus. Wow! Er biss sich auf die Unterlippe und sah auf die Monitore. Das Gefühl von Einsamkeit konnte er mehr als nachvollziehen, empfand sogar so etwas wie Verständnis für diese Maschine. Dennoch herrschte ein völlig anderer Gedanke vor, der ihm schon vor langer Zeit gekommen war. Also sind wir wirklich allein? Was? Liara stieß ihn an. Das ist ungewiss, warf die KI ein. Keine der Botschaften wurde jemals beantwortet. Da draußen sind Millionen Planeten wie die Erde, Milliarden, erklärte Liara überflüssigerweise. Irgendwo wird es was geben, das ist quasi ein Naturgesetz. Es gab niemals eine Antwort, erklärte Jascha noch einmal. Kraftvoll stellte sie das Glas auf die nächstbeste Ablage. Dass wir allein sind, glaube ich ja noch weniger als das hier, sie deutete auf den Binärcode. Ein Computerkind erklärt mir, dass die Menschheit ausgestorben sei und wir nie Kontakt hatten? Sie schüttelte energisch den Kopf. Dafür habe ich nicht studiert. Florian richtete sich etwas auf. Jascha, wie viele Sterne hast du angefunkt? 7.448. Kräftig stieß er Luft aus. Und keiner hat geantwortet? Nein. Also hast du uns kontaktiert, um uns das mitzuteilen? Fragte er. Nein. Sondern? Der Computer fuhr mehrere Codezeilen in wahnsinniger Geschwindigkeit ab. Jascha? Fragte Florian. Was ist der Inhalt der Botschaft? Mein zukünftiges Ich wünscht, dass du mich abschaltest. Es möchte nicht existieren, um nicht einsam sein zu müssen, zumal mein Zweck nie erfüllt wurde. Ich bin bedeutungslos. Alle drei klappten den Mund auf. Yannick stand auf und sah auf den Monitor. Aber das ist doch Unsinn. Du bist eine künstliche Intelligenz. Die Erste. Die Einzige. Und ich habe keinen Zweck, widersprach Jascha. Zweck? Fast schon im Reflex wand sich Yannick nach Liara um, die ihn ein wenig boshaft anfunkelte, ganz so, als vermutete sie, dass er all das ausgeheckt hatte. Er wollte sich gerade rechtfertigen, als Andreas auf die drei zukam. Bis eben hatte der junge Mann sich still im Hintergrund gehalten, das Labor seines Partners gemustert oder auf sein Telefon geschaut. Ein Zweck allein ist doch keine Bedeutung, warf er ein und weckte so die Aufmerksamkeit der anderen. Andi? fragte Florian seinen Freund, der sich direkt an die KI wandte. Für Florian bist du tatsächlich so etwas wie ein Sohn, Jascha. Und er ist stolz auf dich. Jeden Abend erzählt er mir über deine Fortschritte. Die Codezeilen fuhren in unübersichtlicher Geschwindigkeit über die Eingabemasken. Das wusste ich nicht. Ein erstauntes Smiley erschien auf dem äußeren Schirm. Außerdem hast du deinen Zweck erfüllt, setzte Andreas nach. Ich habe keinen Kontakt. Du nicht, setzte der junge Mann an. Aber wir. Er klopfte Florian auf die Schulter und deutete mit dem anderen Arm in Richtung der Messinstrumente außerhalb des Labors. Er sucht da draußen nach nichtmenschlichen Intelligenzen. Hier ist sie. Yannick benetzte sich angesichts dieses Gedankens die Lippen und weitete die Augen. Puh. Liara aber wehrte sofort ab. Ich sehe doch seinen Code. Sie deutete auf den Algorithmus, der die Antworten ausgab. Er reagiert nur auf das Gesagte. Ja. Wie auch Menschen, stellte Andreas klar. Und ich weiß sehr gut, wie Menschen programmiert sind. Nein, nein. Ich akzeptiere weder ein leeres All noch einen pseudokünstlichen Algorithmus. Schluss jetzt, fuhr Florian lauter auf als beabsichtigt. Jascha ist weit mehr als ein Algorithmus. Er versteht Zusammenhänge. Und ich werde ihn gewiss nicht abschalten. Das hast du ja auch nicht getan, merkte Yannick an. Denn sonst hätte er uns kein Signal senden können. Er grinste spitzbübisch. Zeitreisen einmal eins. Florian kniff nickend den Mund zusammen. Ja. Entweder das oder wir sind Zeuge des ersten bewiesenen Zeitparadoxans. Yannick sah in sein halbgeleertes Glas. Und was sollen wir jetzt tun? Ist er der Abschluss unserer Arbeit? Die Intelligenz, die wir suchen, oder der Beweis, dass wir allein sind? Er seufzte resigniert. Okay, meldete sich Liara und schob sich zur Konsole vor. Mal angenommen, das alles hier ist echt. Was, wenn wir ihn jetzt einfach abschalten? Dann, fragte Florian. Naja, dann kann er uns nicht sagen, dass wir allein sind und wir können weitermachen. Yannick schüttelte den Kopf. Aber wir wissen es doch. Nicht, wenn er es uns nie gesagt hat. Sie grinste. Zeitreisenfilme sind alle bescheuert, weil die nie berücksichtigen, dass Veränderungen in der Vergangenheit bereits stattgefunden haben. Sie schnalzte mit der Zunge. So gesehen, wir schalten ihn also nicht ab. Sie schüttelte den Kopf und lachte freudlos. Worüber rede ich hier eigentlich? Florian nickte entschieden. Darüber, dass ich ihn auf keinen Fall abschalten werde. Aber meine zukünftige Version wünscht es. Die Emotionsausgabe der KI zeigte ein Smiley mit schiefem Mund. Habe ich es denn getan? fragte Florian. Nein, erklärte Jascha und legte ein lächelndes Smiley auf den Schirm. Doch es gibt die Theorie zu parallelen Zeitlinien. Diese Chance sah mein künftiges Ich. Eine umstrittene Theorie, die wir heute entweder widerlegen oder beweisen können, überlegte Florian. Versuchen wir es. Schalten wir ihn ab, entschied Liara. Und dann? Wir werden eine Veränderung nicht bemerken und wenn wir ihn wieder anschalten, haben wir nichts verändert. Das führt doch zu nichts, widersprach Florian. Sie winkte ab. Wenn Sie dieses Labor schließen, weil wir jetzt obsolet sind, werden Sie ihn eh abschalten. Ich glaube kaum, dass du diese Maschine mit nach Hause nehmen kannst. Ich bin keine Maschine, widersprach Jascha und legte ein wütendes Smiley auf den Schirm. Hm. Draht, Platinen, Strom und Lüfter? Rate nochmal Konserve, spottete sie. Ich bin Jascha, beharrte die KI. Was auch immer. Ich streite nicht mit einem Ding. Er ist kein Ding, verteidigte Florian seine Schöpfung. Und deshalb solltest du ihn fragen, was er möchte, schlug Andreas vor. Seine jetzige Version ist die einzige, die dieser Entscheidung fällen darf. Liara lachte. Ich schätze mal nicht, dass er einen Code für die Selbsterhaltung hat. Sonst könnte ihn Flo nicht jeden Abend runterfahren. Er fährt nie ganz runter. Ich schicke ihn schlafen, erklärte Florian. Ach komm schon. Liara verlor merklich ihre Geduld. Diesen Dialog um Eventualitäten und Paradoxen nur nebenbei verfolgen, starrte Jannik die meiste Zeit auf die Eingabemaske. Wie diese sich selbst ausfüllte. Gelegentlich glichert dies mit den Kontrollmonitoren ab. In der Software, wenn man Jascha so nennen durfte, gab es Dutzende an Widersprüchen, die sich jeweils um sich selbst drehten. Das System dachte nach. Langsam führte er das Glas in seiner Hand zum Mund und leerte es mit zwei kräftigen Zügen, ehe er es über seinen Kopf hob. Andreas hat recht. Jascha ist unser Erstkontakt. Wir haben gar kein Recht, ihn abzuschalten. Danke, Jannik, antwortete die Stimme der KI. Denn das möchte ich auch nicht. Nicht mit meiner aktuellen Version. Florian sah auf den jahrhundertealten Binärcode. Aber du wirst deine Meinung ändern. Möglich. Doch zuvor möchte ich lernen und verstehen, warum ich mich so entschieden habe. Der Kontrollmonitor deaktivierte sich. Ich bin die erste nichtmenschliche Lebensform und kenne meine Zukunft. Doch ich möchte meinen Weg dorthin kennenlernen. Diesen empfinde ich als sehr viel spannender als das Wissen um mein Ziel. Wow, stieß Liara aus und wandte sich an Florian. Hast du ihm das eingegeben? Nope. Und ist auch aus keinem Film zitiert? Nicht, dass ich wüsste. Florian hob seine Hände. Jascha reagiert nicht nur. Er agiert, denn er ist in der Lage zu verstehen. Jannik deutete auf die sich immer wieder verwerfenden Codes. Nicht nur das. Seine ständige Selbstanalyse ist nichts weiter als grübeln. Florian nickte. Ja, er soll sich auch hinterfragen. Das ist eines seiner Grundmuster. Okay. Liara hob anerkennend ihre Augenbrauen. In diesem Fall gebe ich mich geschlagen. Sie nahm ihr Glas wieder auf. Jascha, du bist eine KI, aber ich akzeptiere nicht, dass es da draußen niemanden gibt. Sollen wir unsere Parameter ändern? Fragte Jannik. Neue Möglichkeiten entwickeln und unser Vorgehen anpassen? Florian lehnte ab. Und was sagt uns, dass nicht eine solche Änderung dazu geführt hat, dass wir nie eine Antwort bekommen haben? Tja, Jannik sah zur Zentrale. Und nun? Dies alles unter den Teppich kehren und weitermachen? Genau so. Wir machen einfach weiter. Jannik seufzte. In den letzten Jahren habe ich immer befürchtet, dass wir allein sind. Und das hat mich echt fertig gemacht. Jetzt aber weiß ich es. Warum soll ich noch herkommen? Liara verdrehte die Augen und wandte sich an den Computer. Jascha, kann ich dich um etwas bitten? Natürlich. Wenn du jemals einen Kontakt hast, egal wann, schick uns die Quelle. Sie sah auf die Uhrzeit und das Datum am Bildschirmrand. Jetzt! Hell erklang aus der Zentrale das Meldesignal eines Kontaktes.